Mehrmals in der Woche geht der Durchschnittsbürger in Deutschland in den Supermarkt oder Discounter, angelockt durch günstige Angebote. Doch was da im Einkaufswagen landet, ist selten sauber gehandelt, denn die Supermärkte und Discounter spielen ihre Marktmacht gnadenlos aus. Wenn ein Lieferant das Maul aufmacht, dann wird gnadenlos abgeschossen. Die Märkte bestimmen die Spielregeln mit verhängnisvollen Folgen für Verbraucher und Erzeuger. Der Druck ist schon enorm für die Produzenten. Verbraucherschützer fürchten, dass die Qualität der Waren auf der Strecke bleibt, denn den Lieferanten steht das Wasser oftmals bis zum Hals. Sie sind so ausgequetscht worden und letztlich auch erpresst worden, dass sie sagen, sie müssen den Preis nochmal um 5 Prozent senken. Sicher ist, der Umsatz der Lebensmittelketten steigt kontinuierlich an. Welche Folgen hat die Macht der Supermärkte und Discounter? Etwa 16 Prozent ihres Einkommens geben die deutschen Verbraucher im Durchschnitt für ihre Nahrungsmittel aus. Und dabei achten sie genau darauf, wo sie einkaufen. Kaufen Sie eher im Supermarkt oder im Discounter ein? Ganz gemischt. Und was kaufen Sie im Discounter ein? Im Discounter kaufe ich Getränke vor allen Dingen, Nudeln, so Grundnahrungsmittel, Wasser für die Kinder, diese kleinen Flaschen für die Schule, solche Sachen. Im Supermarkt spezielle Produkte, also frische Lebensmittel und so weiter und beim Aldi die Grundnahrungsmittel. Ich weiß, dass der Discounter auch gute Qualität hat. Und deswegen kaufe ich viel beim Discounter. Aber man muss natürlich auch die Preise wissen und immer abwägen. Doch die Verbraucher bekommen selten mit, wie hart es hinter den Kulissen zugeht. Für die günstigen Waren im Supermarktregal oder beim Discounter zahlen andere einen hohen Preis. Als Verbraucher haben wir die Wahl zwischen vier großen Konzernen, die in Deutschland den Lebensmitteleinzelhandel beherrschen. Sie teilen sich 85 Prozent des Marktes. Unangefochten an der Spitze steht Edeka. Mit etwa 47 Milliarden Euro Umsatz der mächtigste Lebensmittelhandelskonzern in Deutschland. Dann folgen die Schwarzgruppe, Rewe und Aldi. Zusammen bilden sie den Flaschenhals, den die Hersteller auf dem Weg zum Verbraucher passieren müssen. Für die Erzeuger heißt das, fällt auch nur einer der großen vier als Abnehmer weg, verringert sich ihr Absatz gleich gewaltig. Weil das so ist, traut sich kaum ein Erzeuger an die Öffentlichkeit. Ich treffe den Eierproduzenten Georg Heidlinger. Er hat die Macht der Lebensmittelhändler zu spüren bekommen und musste schließlich die Notbremse ziehen. Sein Geschäft mit dem Discounter Aldi hat er in schlechter Erinnerung. Über große Zwischenhändler beliefern Erzeuger wie Heidlinger die Supermärkte und Discounter in Deutschland. Bis zu 35.000 Eier verlassen täglich seinen Familienbetrieb. Seit einigen Jahren liefert Georg Heidlinger nur noch an regionale Abnehmer und verkauft direkt ab Hof. Seine Eier stammen alle aus Boden- oder Freilandhaltung. Und das war genau das, was der Discounter Aldi vor einigen Jahren suchte. Das war im Jahr 1999 oder 2000, wo Aldi auf uns zukam und sie suchen, zur damaligen Zeit war das das absolutes Novum zu festpreisen, ein ganzes Jahr garantiert, Eier, Freilandeier. Wie der erste Kontrakt rum war, hat dann Aldi gesagt, wir nehmen weiterhin die Eier von euch. Aber halt nur, jetzt können sie nur noch 20 Prozent weniger bezahlen. Und das ist die große Krux, dass dann halt der Handel dich praktisch in der Hand hat. Weil er genau weiß, er ist ja der größte Abnehmer. Und wenn der von heute auf morgen wegfällt, dann hat er massiv Probleme mit dem Lieferant. Nach drei Jahren wollte Aldi noch weniger zahlen. Damit wäre Heidlinger in die roten Zahlen gerutscht. Auf diese Geschäftspraktiken wurde später sogar die Presse aufmerksam. Im Prinzip hat man es genau so erlebt, wie es immer gesagt wird, wenn ein Lieferant das Maul aufmacht, dann wird gnadenlos abgeschossen. Der Bericht kam und am nächsten Morgen, gleich um 8 Uhr, hat Aldi dann bei einer großen Eierorganisation in Deutschland angerufen und gesagt, wir wollen ab sofort, Heidlinger wird ausgelistet und nie mehr was mit Heidlinger zu tun haben. Heidlinger hatte sich schon andere Abnehmer gesucht und war nicht mehr auf Aldi angewiesen. Aldi Süd erklärt uns gegenüber, da der Sachverhalt bereits viele Jahre zurückliege, sei es ihnen nicht möglich, dazu eine Auskunft zu geben. Anhand alter Rechnungen zeigt Georg Heidlinger mir, wie die Eierpreise von Jahr zu Jahr sanken. An den Haltungskosten hätte er aber kaum sparen können. Die Fütterung seiner Legehennen funktioniert vollautomatisch. Das Futter ist hier drin, das läuft dann alle zwei Stunden, die Futterkette. Läuft dann im Kreis rum und hier sind die Wassertränken dann entsprechend. Futter ist teuer und macht in der Tierhaltung bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten aus. Und als der Discounter die Preise erhöht hat, da mussten Sie gucken, ob Sie auch am Futter ein bisschen sparen. Gut, wenn du tendenziell, wenn du schlechte Preise bekommst, ist natürlich der erste große, der größte Faktor, ist natürlich das Futter. Das ist klar. Und man muss halt schauen, dass so billig wie es geht Futter einkauft. Letztlich, also vom Grundprinzip her, ist das schädlich so, wie es gerade ist. Das ist klar. Sowohl Aldi Nord als auch Aldi Süd weisen den Vorwurf des Preisdrucks auf Erzeuger ausdrücklich zurück. Aldi Nord teilt uns außerdem mit. Die attraktiven Preise können wir bei Aldi dank unserer konzentrierten Einkaufspolitik schlanker Strukturen und ausgefeilter logistischer Prozesse gestalten. Sparpolitik zu Lasten der Futterqualität könnte fatale Folgen für uns Verbraucher haben. Zum Teil mit gesundheitsgefährdenden Auswirkungen. Viele der Lebensmittelskandale der letzten Jahre sind auf Futtermittel zurückzuführen. Ob Nitrophen im Getreide, Dioxin in Eiern oder das inzwischen von der WHO als wahrscheinlich krebserzeugend eingestufte Pestizid Glyphosat. Und bis heute wird nur wenig kontrolliert. Wie eine Jahresstatistik der amtlichen Futtermittelüberwachung in Deutschland zeigt, werden gerade einmal um die 5 Prozent der registrierten Betriebe überprüft. Ich frage nach bei der Organisation Foodwatch. Sie beobachtet den Lebensmittelmarkt und hat schon vor Jahren in einer Studie auf den Zusammenhang zwischen billigen Futtermitteln und der Gefahr für unsere Gesundheit hingewiesen. Matthias Wollschmidt hat an dieser Studie mitgearbeitet. Wenn wir über tierische Lebensmittel reden, sind die Futterkosten eine ganz entscheidende Stellschraube neben den tatsächlichen Haltungs- und Betreuungskosten der Tiere. Das kann sich fatal für die Gesundheit der Verbraucher auswirken. Da geht es um Langzeitfolgen und um Risiken für die Gesundheit der Verbraucher, die dadurch vermieden werden könnten, wenn konsequent auf Qualität der einzelnen Futterzutaten abgestellt werden würde. Billige Produzenten, das ist es, was sich der Handel wünscht. Doch wie groß ist der Druck, den Discounter auf ihre Lieferanten ausüben? Ich nehme Kontakt zu einem ehemaligen Aldi-Süd-Manager auf und möchte wissen, wie die Zusammenarbeit zwischen Aldi und den Lieferanten aussieht. In der Regel ist es so, dass die Lieferanten eben zu Aldi kommen und sich da auch bewerben müssen. Und dann wird eben verhandelt. Da geht es mitunter vielleicht auch mal ein bisschen laut zu und hart zur Sache. Würden Sie sagen, dass solche Verhandlungen mit den Produzenten, dass die auf Augenhöhe sind? Nein. Also die Verhandlungen mit den Produzenten, wenn das jetzt nicht gerade die Markenhersteller sind, sind die natürlich nicht auf Augenhöhe. Sondern da ist es ganz klar, dass der Händler die Macht hat. Doch viele Produzenten können auf einen großen Abnehmer wie Aldi nicht verzichten. Was bedeutet das für die Qualität der Waren? Also Hauptsache billig, klar. Es ist sicherlich eine Maxime. Aber es gibt ja auch gewisse Mindeststandards, was die Qualität anbelangt. Und dass natürlich ein Lieferant da auch immer schnell in Versuchung kommen kann, bestimmte Dinge zu ändern, die dann auch zu Lasten der Qualität gehen, ist ja klar. Wenn er eh schon am Limit ist und eh schon nicht weiß, wie er das eigentlich machen soll, dann spart er natürlich auch im Zweifel da mal. Aldi Süd weist die Vorwürfe zurück. Selbstverständlich gehen wir bei der Qualität keine Kompromisse ein. Für die einzelnen Produkte gelten strenge Vorgaben, die regelmäßig intern wie extern überprüft werden. Und Preisverhandlungen, die von gegenseitigem Respekt und von Fairness geprägt sind, sind uns ein wichtiges Anliegen. Preise werden grundsätzlich in offenen und konstruktiven Gesprächen verhandelt. Sehen die Hersteller das genauso? Alle, die ich kontaktiere, möchten im Fernsehen mit mir nicht darüber sprechen. Zu groß ist die Angst vor der Macht von Aldi, Edeka und Co. Schließlich finde ich einen Insider. Der Geschäftsführer eines bundesweit bekannten Markenherstellers möchte anonym bleiben. Er erzählt mir, wie es bei den jährlichen Verkaufsgesprächen mit Handelsketten zugeht. Sie kommen dann aus einem Jahresgespräch heraus und sind so ausgequetscht worden und letztlich auch erpresst worden, dass sie sagen, sie müssen den Preis nochmal um 5 Prozent senken. Obwohl ihre Kosten eigentlich steigen. Dann kommen sie völlig zerknirscht nach Hause und sagen ihren Leuten, passt auf, wir müssen das Gleiche liefern. Es muss alles nur 5 oder 10 Prozent billiger werden. Das führt natürlich nicht dazu, dass die Qualität der Zutaten steigt. Im Gegenteil. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, an den Herstellern zu verdienen. Um überhaupt mit einem Produkt im Regal der Supermärkte zu landen, sollen sie zahlen. Sogenanntes Listungsgeld. Also, Listungsgeld bedeutet, dass man überhaupt erstmal, wenn man neu ist oder ein neues Produkt hat oder einen neuen Kunden hat, den man überzeugen will, dass man praktisch, man muss erstmal einen Eintritt bezahlen. Das wird dann beliebig festgelegt. Und man muss sich dann fragen, lohnt sich so eine Investition überhaupt? Was sind das so für Größenordnungen? Also, ich sag mal so, bei den großen Kunden, die sie genannt haben, ganz grob mal so zwischen 30.000 und 100.000 Euro pro Produkt. Rewe und Lidl äußern sich auf Anfrage nicht zum Listungsgeld. Edeka teilt mir mit. Wir treffen mit unseren Verhandlungspartnern individuelle Vereinbarungen über Konditionen und Vermarktungspakete. Bei Kaufland ist eine Listungsgebühr keine zwingende Voraussetzung für die Aufnahme eines Artikels ins Sortiment. Teilweise bieten Hersteller von sich aus Listungsgebühren an. Diese lehnt Kaufland nicht ab. Aldi Nord schreibt, dass der Discounter weder Werbekostenzuschüsse noch Listungsgebühren, Regalmieten oder ähnliches von seinen Lieferanten fordert. Auch Aldi Süd verlangt nach eigenen Angaben keine Listungsgebühren. In Hamburg-Bergedorf bin ich verabredet mit dem Markendetektiv Stefan Duporn. Zusammen kaufen wir in verschiedenen Supermärkten und Discountern ein. Duporn kennt noch einen weiteren Weg, wie sie ihre Macht vergrößern. Über Eigenmarken. Eigenmarken. Das sind die Marken der Händler. Sie werden in ihrem Auftrag hergestellt. Preis, Rezeptur, Verpackung, Design, alles wird vorgegeben. Unter dem Label des Discounters oder Supermarktes kommt das Produkt dann in die Regale und steht hier in direkter Konkurrenz zu den meist teureren Markenprodukten. Die Supermarktketten erwirtschaften ein Viertel ihres Umsatzes mit ihren Eigenmarken. Tendenz steigend. Und Discounter wie Aldi setzen fast vollständig darauf. Sie machen sich dadurch unabhängig von einzelnen Produzenten. Hier hat man das Gefühl, Gebirgssieger, das ist eine Marke. Und jetzt guckt man hinten drauf und dann ist das einmal von Riedlebsen und einmal von Stockmeyer. Also es sind zwei verschiedene Hersteller, sieht aber aus wie eine Marke. Vorteil für den Discounter, er kann die Hersteller relativ leicht auswechseln. Das Produkt sieht gleich aus, da steht immer noch die gleiche Marke drauf. Es ist keine Veränderung. Höchstens der Hersteller ist anders, nur das bekommt der Verbraucher nicht mit. Eine Marke, mehrere Produzenten. So können Supermärkte und Discounter die Lieferanten einfach und jederzeit austauschen. Im alten Land vor den Toren Hamburgs kann man gut beobachten, welchen Einfluss die Handelsketten auf das Angebot haben. Von hier kommt ein Großteil der Äpfel, die bei uns in den Supermärkten und Discountern liegen. Wenige Sorten auf endlosen Plantagen. Die Äpfel von Eckhard Brand schaffen es nicht in den Supermarkt. Es sind alte Sorten, die früher hier noch überall angebaut wurden. Seit Jahren kämpft er für Vielfalt in den Obstkörben deutscher Verbraucher und wehrt sich gegen das Verschwinden alter Apfelsorten. Wenn nur noch ein bestimmter Typ da ist, dann stellt der Verbraucher sich eben darauf ein, so ist ein Apfel. So ist er auch erzogen. Ja, weil so muss ein Apfel schmecken und darauf beruft sich dann wieder der Handel. Der Kunde will ja nur diese Äpfel haben. Die anderen kennt er überhaupt gar nicht mehr. Die Supermarkt-Äpfel arbeiten ja eigentlich nur mit optischen Signalen. Sie arbeiten ja überhaupt nicht mehr damit, dass sie irgendwie ein tolles Aroma oder einen tollen Geschmack irgendwie rüberbringen wollen. Das scheint irgendwie ganz nebensächlich zu sein. Der moderne Apfel muss eben lachend rot sein und knacken. Seitdem die modernen Äpfel nicht mehr schmecken, wird nur noch damit geworben, dass sie knacken. Achso, Geschmack ist schon... Ein Apfel ist eine Frucht, die knackt. Geschmack ist schon abgesrieben. Mit Natur hat das nicht mehr viel zu tun, findet Brand. Und Schuld habe nicht der Verbraucher, wie es immer heißt. Unter welchen Bedingungen das möglich war, haben die Handelshäuser eigentlich weitgehend bestimmt. Die haben gesagt, wir können hier nicht mit Dutzenden von Sorten rumhantieren. Das lässt sich logistisch gar nicht handeln. Wir brauchen hier ein Grundsortiment und das muss festgelegt sein. Und dann haben wir von jeder Sorte dann einige tausend Tonnen. Und die können wir dann auch nach Italien exportieren, wenn da gerade mal Blütenfrost war oder so. Das sollte dann eigentlich europaweit hin und her geschoben werden. Und das war das aus der Lokalsorten natürlich. Obwohl viele Sorten robuster und schmackhafter sind und weniger Allergene enthalten, haben sie wenig Chancen in der durchrationalisierten Warenwelt der Supermärkte und Discounter. Sie wurden über Jahrzehnte systematisch verbannt. Im alten Land haben sich die meisten Erzeuger darauf eingestellt. Supermärkte und Discounter geben den Weg vor. Zum Nachteil der Vielfalt. Und was sind das für Äpfel, die zu dieser Jahreszeit in unseren Supermärkten und Discountern liegen? Sie werden gleich nach der Ernte schlafen gelegt. Ein ausgeklügeltes Verfahren macht es möglich, dass die Äpfel das ganze Jahr für den Verbraucher vorrätig gehalten werden. Und da sind die drin jetzt? Da sind die im Prinzip drin. Da können wir natürlich jetzt nicht reingehen. Die Räume sind abgeschlossen, weil das wäre natürlich absolut tödlich, wenn wir da reingehen würden. Das würde... Ja, da ist nur ein Prozent Sauerstoff drin, denn wir werden sofort tot umfallen. Okay. Das geht nicht. Aber es gibt einen Raum... Ja, wir haben hier einen Raum, der ist schon geöffnet, der ist belüftet. Da können wir reingehen, wo wir noch ein paar Äpfel anzugucken. Und die kommen so in den Supermarkt? Die kommen dann so in den Supermarkt. Die sind natürlich jetzt... Wir sehen, die sind jetzt schon sortiert worden auf eine gewisse Progröße, 70, 80 Millimeter in dem Fall. Die werden dann noch abgepackt und dann in den Supermarkt. Kann man da jetzt reinbeißen? Das kann man da reinbeißen, natürlich. Und schmeckt wie Frisch vom Baum. Ja, wie im Supermarkt. Wie im Supermarkt. Wie ist das eigentlich mit dem Spritzen? Würde man jetzt hier was nachweisen können? Also die Auflagen heute sind so, so streng, auch von den Supermärkten, dass wir Tunis vermeiden, dass Pflanzschutzmittel auf den Früchten nachgewiesen werden können. Also die sollen möglichst rückstandsfrei sein. Im Supermarkt finden die Verbraucher die immer gleiche Auswahl. Elster, Bräbern, Jona Gold, gleiche Größe, gleiche Form. Der Supermarktleiter bestätigt, was der Obstbauer vom Alten Land vermutet hat. Hallo, guten Tag. Es gibt Leute, die bedauern, dass es in den Supermärkten nicht mehr Apfelsorten gibt. Warum ist das so? Für uns als, sag ich mal, Händler ist es schwierig, das zu handeln. Da gehen nicht die Mengen. Die würden nicht geliefert werden können. Das schafft man nicht. Das schafft man nur mit diesen stark hereingezüchteten Sorten, die eben diese Mengen und diese Qualität abliefern können. Masse statt Vielfalt. Der hohe Ertrag und makelloses Aussehen haben ihren Preis. Granny Smith und der Golden Delicious, das sind so die Klassiker der schon ewig ganz überzüchteten Äpfel. Also die werden, glaube ich, heutzutage auch hauptsächlich wegen der Farbe gekauft. Nicht mehr wegen dem Geschmack. Also wenn ich jetzt so einen Granny Smith sehe, also der schmeckt eigentlich nur nach Wasser. Der ist knackig und frisch, aber ohne Geschmack. Der Lebensmitteleinzelhandel verlangt nach unkomplizierten und günstigen Massenprodukten. Innovationen haben ist er schwer, denn die kosten erst einmal Geld. Der Tiefkühlproduzent Frosta entschloss sich vor Jahren, auf sämtliche Zusatzstoffe in seinen Markenprodukten zu verzichten. Hinter Zusatzstoffen kann die Industrie leicht billige Komponenten verstecken, was die Herstellungskosten reduziert. Die Umstellung auf das neue Produkt war hart für das Unternehmen. Der Umsatz brach um 40 Prozent ein. Schließlich mussten sogar Mitarbeiter entlassen werden. Das Unternehmen rutschte in die roten Zahlen. Trotzdem wurde an dem neuen Konzept festgehalten. Mich interessiert, wie der Handel auf diese Umstellung reagiert hat. Es gab schon Händler, die fanden das eben sehr innovativ. Verzicht auf Zusatzstoffe, das ist ein relevantes Thema. War vielleicht ein bisschen der Zeit voraus, denn andere Händler haben gesagt, nee, also teurer werden, das geht gar nicht. Und dann wurden wir auch hier und da aus den Regalen erstmal verbannt, also ausgelistet, wie man das heute nennt. Das war schon eine dramatische Situation 2003, kann man so sagen. Frosta ist kein Einzelfall. Laut einer Befragung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung wurde fast allen Markenherstellern von ihren Händlern schon einmal die Auslistung angedroht, um Forderungen Nachdruck zu verleihen. Durch Expansion, Aufkäufe und Übernahmen sind die vier großen Handelskonzerne in Deutschland groß geworden. Das gibt ihnen viel Macht. Und in den letzten Jahren hat die Konzentration noch kräftig zugenommen. Jüngstes Beispiel, die Übernahmepläne von Kaisers Tengelmann durch den Branchenführer Edeka. Doch schon jetzt beschweren sich die Produzenten über die Macht von Aldi, Edeka, Rewe und der Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland. Das Bundeskartellamt hat deshalb eine große Untersuchung durchgeführt. Das sind immer wieder Beschwerden, die wir bekommen, die wir auch regelmäßig bekommen, die in die Richtung gehen, dass die großen Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen ihre Marktmacht unangemessen einsetzen gegenüber den Produzenten in den konkreten Verhandlungen über Einkaufspreise. Da haben wir immer wieder Beschwerden. Das war unter anderem einer der Gründe, warum wir dann diese große Sektoruntersuchung gemacht haben, um diesen Beschwerden mal auf den Grund zu gehen. Für das Kartellamt steht demnach fest, die großen vier sind so mächtig geworden, dass sie ihre Marktmacht missbrauchen können, auch auf Kosten des Verbrauchers. Warum hat das Bundeskartellamt einer Übernahme von Tengelmann durch Edeka nicht zugestimmt? Weil hier mit der Übernahme von Kaisers Tengelmann durch Edeka im Grunde ein Wettbewerber lokal wegfällt, den die Verbraucher eben gerne in Anspruch nehmen. Mit anderen Worten, der Verbraucher kann nicht mehr so einfach entscheiden, woanders einkaufen zu gehen. Und wenn das der Fall ist, dann eröffnet das natürlich möglicherweise Preiserhöhungsspielräume zulasten des Verbrauchers. Das heißt, ganz am Ende der Kette muss möglicherweise der Verbraucher bei einer zu hohen Konzentration mit höheren Preisen rechnen. Und genau das wollten wir hier verhindern. Ob eine Konzentration Folgen für die Preise hat, will ich überprüfen und mache einen kleinen Test. Einmal kaufe ich Lebensmittel bei einem Edeka-Supermarkt mit Konkurrenz in näherer Umgebung, einmal bei einem Edeka ohne unmittelbare Konkurrenz. Ein Edeka-Markt in einem Hamburger Wohngebiet. Im Umkreis von 800 Metern befindet sich kein weiterer Supermarkt. Die Anlieger haben wenig Alternativen. Ich kaufe einige willkürlich ausgewählte Lebensmittel ein. Meine zweite Station. Eine Fußgängerzone mit Einkaufscenter, etwa zwei Kilometer entfernt. Hier gibt es neben Aldi auch Rewe und eine Vielzahl kleinerer Läden. Ich kaufe bei Edeka genau die gleichen Produkte ein und vergleiche die Preise. Schon bei meiner kleinen Auswahl an Lebensmitteln lässt sich ein Preisunterschied ausmachen. Von den zwölf Produkten des abgelegenen Marktes sind über die Hälfte teurer. Repräsentativ ist das natürlich nicht, aber es zeigt, welche Folgen es für die Verbraucher haben könnte, wenn es zu einem Lebensmittelhändler keine Alternative gibt. Ich frage bei Edeka nach. Der Konzern teilt mir mit. Um eine fundierte Aussage ihrer Beobachtung machen zu können, müsste man das gesamte Sortiment der beiden Märkte miteinander vergleichen. Ein Vergleich von zwölf Artikeln kann noch keine verlässliche Aussage bieten. Das Bundeskartellamt hat die Übernahme von Kaisers Tengelmann untersagt. Das letzte Wort hat jetzt die Politik. Denn Edeka hat einen Antrag für einen Ministerentscheid gestellt. Bei einer Übernahme von Kaisers Tengelmann würde in drei Regionen ein wichtiger Wettbewerber wegfallen, der dort jetzt noch bis zu 30 Prozent Marktanteil hat. Im Ruhrgebiet, in München und in Berlin. Dann gäbe es wieder einen Player weniger und die Preise für die Verbraucher könnten steigen. Noch gibt es in Berlin verschiedene Supermärkte, die meisten schon jetzt von Tengelmann oder Edeka. Sollte die Übernahme durch den Ministerentscheid doch noch gelingen, gehörten mehr als die Hälfte aller Supermärkte zu Edeka. Das könnte die Politik verhindern. Doch wie sieht es mit dem Druck auf Produzenten aus? Wie können wir mit diesen unfairen Praktiken, die ja offensichtlich vorherrschen, wie kann man denen begegnen, also politisch auch begegnen? Wir fordern beispielsweise eine sogenannte Ombudsstelle. Das heißt, ich als Produzent kann mich dann, wenn ich mich hier ungerecht behandelt fühle und ich sehe, ich kann gegen den Abnehmer eigentlich nichts unternehmen, weil ich dann befürchten muss, etwa ausgelistet zu werden, dass ich mich dahin wenden kann, auch meine Anonymität gewahrt bleibt und hier dann geschaut wird, wie kann man dieses Missverhältnis zwischen dem Produzenten etwas liefert und dem, der es abnimmt, wie kann man das ausgleichen. Natürlich versucht dann einer der vier großen Player, die anderen auszustechen. Ich halte es aber eigentlich für perfide, das geht nicht. Ob eine Ombudsstelle ausreicht, um etwas gegen die Macht von Aldi, Edeka und Co. auszurichten? Die Supermärkte und Discounter können Preise festlegen, den Verdienst ihrer Produzenten drücken und bestimmen, welche Auswahl wir Verbraucher haben. Aber noch gibt es Alternativen. Eine wachsende Zahl von Menschen kauft auf Märkten, besucht Hofläden, fährt zu Erzeugern. Und sie haben ihre Gründe. Weil ich damit eher die lokale Landwirtschaft unterstütze, hoffe ich mal, und weil ich es atmosphärisch einfach viel angenehmer finde. Und die Produkte? Finde ich frischer und besser. Es ist etwas teurer, aber beim anderen schmeißt man meist auch etwas mehr weg. Hier bekomme ich die Ware frisch und ich weiß, von wem ich es bekomme. Auf diesem Markt ist die Gewinnmarge für den Produzenten höher als im Supermarkt oder Discounter. Und davon profitieren auch die Verbraucher. Denn die Erzeuger können über die Qualität ihrer Waren selbst bestimmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017